Wenn du im Fitnessbereich vorankommen möchtest, nur Sport oder nur Training bringt ja wahrscheinlich nichts, oder? Ja, also viele sprechen mich auf das Thema Ernährung als erstes an oder auch auf das Training. Ich würde immer sagen, mindestens mal beide Teile sind genau gleich wichtig. 50% Training und 50% Ernährung. Natürlich muss ich den Kunden auch ein bisschen das Gefühl dafür geben, was ist in den Lebensmitteln enthalten? Wie viel Zucker ist da drin, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Eiweiße? Und was ist wichtig fürs Training, vor dem Training, nach dem Training? Und wenn wir darüber ein bisschen sprechen, dann kriegen sie natürlich schon ein besseres Gefühl und können natürlich die Ziele schneller erlernen. Dass man einfach eine gesunde und bewusste Ernährung auch neben dem Training steuert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und das war's. Vielen Dank.